Adolf Patek war ein österreichischer Fußballspieler und Trainer, der für den Wiener Sportklub, den DFC Prag und den AC Sparta Prag als Spieler aktiv war und als Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz sich einen Namen machte. Karriere Patek spielte ab 1916 regelmäßig in der höchsten österreichischen Spielklasse für den Wiener Sportklub. Größter Erfolg mit den Dornbachern war das Erreichen des ersten ÖFB Cup Finales 1919 noch unter der Bezeichnung niederösterreichischer Cup, in dem er sich allerdings mit seiner Mannschaft, dem SC Rapid Wien, mit 0 zu 3 geschlagen geben musste. Gemeinsam mit seinem Vereinsmitspieler Karl Jordan wechselte er bald zum DFC Aussicht und nach kurzer Zeit zum DFC Prag. Nachdem er rasch auf seine Spielerqualitäten als Stürmer aufmerksam machen konnte, wurde er vom Stadtkonkurrenten AC Sparta Prag abgeworben. Dort spielte er gemeinsam mit P.P. Horace, einem ehemaligen Spieler aus Wien, im Sturm der Prager und gewann 1926 und 1927 die Meisterschaft. Das Finale um den erstmals ausgespielten Metropa-Pokal gewann er mit seiner Mannschaft gegen den SK Rapid Wien. Nachdem das Finnspiel in Prag mit 6 zu 2, Patek traf zweimal, das Rückspiel mit 1 zu 2 in Wien verloren wurde. 1930 kam es zur neuerlichen Begegnung beider Mannschaften, die allerdings der SK Rapid Wien nach Hin- und Rückspiel für sich entschied. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Patek mit seiner Trainerkarriere und wurde zunächst unter Verbandskapitän Eduard Bauer Verbandstrainer des ÖFB. 1947 nahm er sich des Schweizer A-Nationalligisten FC Bern an, mit dem er jedoch am Saisonende 1947-48 in die Nationalliga beabsteigen musste und diese 1948-49 als zweitplatzierter abschloss. Von September 1949 bis Mai 1953 war er Nationaltrainer der Nationalmannschaft Luxemburgs. Seine größten Erfolge als Trainer hatte er mit dem Karlsruher SC, den er von 1953 bis 1956 in der Oberliga Süd der höchsten deutschen Spielklasse und in seiner letzten Saison zur Süddeutschen Meisterschaft führte. Mit der damit verbundenen Teilnahme an der Ausspielung der deutschen Meisterschaft drang er mit seiner Mannschaft nach dem Gruppensieg mit dem FC Schalke 04, FC Kaiserslautern und Hannover 96 in das am 24. Juni 1956 im Berliner Olympiastadion mit 2 zu 4 verloren im Finale gegen Borussia Dortmund vor. Ein Jahr zuvor drang er mit der Mannschaft ins Finale um den nationalen Vereinspokal vor, den diese mit 3 zu 2 gegen den FC Schalke 04 auch gewannen. Von 1956 bis 1958 betreute er Eintracht Frankfurt. Mit der Mannschaft gewann er 1957 den erstmals ausgespielten deutschen Flutlichtpokal gegen den FC Schalke 04. Von 1958 bis 1961 war er beim FC Bayern München tätig und schloss mit ihm die drei Spielzeiten um die Süddeutsche Meisterschaft als Vierter, Dritter und Achter ab. Von 1961 bis 1963 machte der ehemalige Außenstürmer beim schweizerischen Young Fellows Zürich Station, ehe er wieder nach Österreich zurückkehrte und von 1963 bis 1966 den 1. Wiener Neustädter SC trainierte. Mit den Neustädtern drang er 1964 65 bis ins FB Cup Finale vor, welches der amtierende Meister Lasklinz knapp mit 1 zu 0 für sich entschied, nachdem die erste Begegnung 1 zu 1 unentschieden endete. Trotz der Niederlage nahm er mit der Mannschaft am Europapokal der Pokalsiegerwettbewerb teil. Schied allerdings in der Vorrunde mit 0 zu 3 nach Hin- und Rückspiel gegen den rumänischen Vertreter Stienta Cluj aus Cluj in Apoka aus diesem Aus. Erfolge Spieler Mitropa Cup Sieger 1927 Mitropa Cup Finalist 1930 Tschechoslowakischer Meister 1926 1927 1932 ÖFB Cup Finalist 1919 Trainer DFB Pokalsieger 1955 Deutscher Vizemeister 1956 Deutscher Flutlicht Pokalsieger 1957 ÖFB Cup Finalist 1965 ÖFB Cup Finalist 1965 Musik